Hallo und herzlich willkommen zur offiziell ersten Folge hier auf der Klingenbach, an einem unscheinbaren Dienstagmorgen, 9 Uhr, wenn ihr das Video genau nach Veröffentlichung guckt. Und ja, ich habe euch ja gestern die Frage gestellt, wie fangen wir an? Fangen wir mit Oldtimern an und es waren, es waren, es war Wahnsinn, es waren über 700 Kommentare, 700 Kommentare, wisst ihr, wie viele Kommentare das denn nicht sind? Also das war schon krass und ich sage mal 95 Prozent, es waren wirklich 95 Prozent, waren für Oldtimer. Ich habe mir das jetzt so gedacht, weil ich habe ja wirklich keine Ahnung, was Oldtimer betrifft. Ich habe sehr viele Vorschläge von euch bekommen, Dankeschön, habt da teilweise schon etwas mit reingenommen, aber wir machen das anders. Wir haben ein Fahrzeug, wir haben ein Fahrzeug, das ist der Ford, Moment, hier, dieser Custor, Rumble, schlag mich tot, den wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich sehe den hier nicht. Ich habe keine Fahrzeuge sonst und der wird wahrscheinlich hier fest verankert sein, den wirst du halt brauchen für irgendwas. Weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Womit möchte ich anfangen? Ich möchte eine ganz, ganz, ganz kleine Map-Rundtour machen mit euch, also eine Hof-Rundtour, nur den Hof, die Map lernen wir dann selber kennen und werde dann anfangen. Wir haben 200.000 Euro, die haben wir und wir werden dann vorzu mit diesen 200.000 Euro gucken, dass wir wirtschaften können. Das heißt, wir müssen uns davon Maschinen kaufen, wir müssen uns davon Drescher kaufen, wir müssen uns einfach alles davon kaufen, wir haben gar nichts. Was wir haben, sind zwei Felder, Feld 1 und Feld 2. Das haben wir bereits, das hat der René gesagt, das kann ich haben, das darf ich haben. Dankeschön, René. Ich möchte euch jetzt ganz kurz den Hof zeigen, bevor wir dann anfangen, über das Wesentliche zu reden, wann kommt die Map, das, 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 das. Es gibt sehr viele Fragen und die, natürlich ist hier ganz klar, dass ihr Fragen habt, aber da kommen wir später zu, da kommen wir später zu. Ich zeige euch mal ganz kurz, eine ganz große, ganz grobe Übersicht, den Hof. Wir haben, viele von euch werden sich wahrscheinlich noch an die LS15-Zeiten erinnern, Belgic-Pofonte. Man muss sagen, der Hof ist ähnlich der Belgic-Pofonte, also wirklich ähnlich. Man kennt das Wohnhaus hier mit dem Garten dahinter, man kennt diese Einfahrt, beispielsweise hier rein, man kennt diesen Fluss, wo der Werner im LS15 schon 15.000 Mal reingefahren ist mit dem Traktor, diese kleine, wie sagt man, diese Pütze hier, das kennt man, man kennt das Palettenregal hier, das hat man, ja, es ist, es ist ein bisschen, es hat ein bisschen was von Belgic-Gefühl, auf alle Fälle, was mich sehr, sehr freut. Es gibt hier wunderschöne Halden, wie ich finde. Es gibt ja diese Ziegel, diese grauen Ziegelpaulesen mit diesen aufgesetzten Grün, das finde ich schon mega, also wirklich, also das ist schon mega krass. Mit Beleuchtung natürlich, alles rum und dran geht automatisch an, wenn es Nacht wird. Wir kommen hier, ich glaube, das ist die wichtigste Stelle hier, tatsächlich. Viele haben sich gefragt, das ist ein Fehler, da guckt ein Rohr raus. Nein, 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 ihr müsst bedenken, der René ist so ein Typ, der baut sehr viel in Gebäuden rein. So, und hier haben wir auch so ein Schmuckstück, ich weiß gar nicht, was ist das? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich muss das selber mit euch entdecken, was ist das? Ein Dämpfermixer, ein Kartoffeldämpfer, das sind einfach Sachen, die erinnern mich einfach immer noch an die 15er, LS 15 Zeit in Belgique zurück, Kartoffeln, Weizen, Wasser und da bekommst du Schweinefutter raus. Also das ist eine Schweinefutterherstellung, die einfach mitten hier in der Halle den Platz findet und das ist halt das Coole am René, er verbaut halt die Sachen ein bisschen sind. Die stehen meist nicht in der freien Wallachai, sagen wir es einfach mal, sondern das Ganze ist schon mit Maß und Ziel gemacht, also auch die Halle hier und so weiter, das finde ich halt wirklich sehr, sehr cool, dass du auch mal eine große Halle am Hof hast. Ich kenne so viele Maps, wo du sagst, Hof ist geil, Abstellmöglichkeiten sind da, aber du hast keine große Halle. Du kannst hier selber entscheiden, was du machst. Stell ich Fahrzeuge rein, mache ich hier ein Kornlager draus, mache ich hier ein Balllager draus, mache ich hier palettenweise Kartoffeln rein oder kistenweise. Das kann ich selber entscheiden und das ist eben das Coole am René, dass er einfach sagt, der Spieler hat die Freiheit, der Spieler kann entscheiden, was macht er hier rein. Er kann hier die Tore zu machen und es ist so, als wie hier nie irgendwas gewesen wäre. Ganz egal, was dahinter ist, Tor zu, kein Mensch sieht irgendwas. Das Ding, glaube ich, hat er mit Absicht hingestellt, weil ich immer so vollgas über den Hof knalle. Deswegen hat er hier einen Stein hingesetzt. Da wird mich ein paar Reparaturen am Blech kosten. Wir kommen vom Thema ab. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Halle, aber ich mag halt so Hallen genauso wie die hier ist, dieser alte Look, diese Funktionalität und was ich halt ganz großer Fan von bin, diese Möglichkeit. Du hast hier vier Möglichkeiten, in diese Halle reinzufahren. Du kannst hier, wenn du ein bisschen größer im Bogen fährst, kannst du hier eigentlich gerade reinfahren und hier hinten wieder rausfahren. Das sind so Sachen, da wurde einfach mitgedacht und das gefällt mir einfach am René. Es wurde einfach mitgedacht. Vielleicht klingt das jetzt vielleicht für ein paar Leute komisch, aber es ist bei ein paar Maps, da denkst du dir wirklich, Alter, wie soll das funktionieren? Mit ein bisschen größeren Gespann, mit ein bisschen, das funktioniert teilweise nicht. Hier haben wir auch, habe ich mir, glaube ich, sogar gewünscht, ein Erdäpfel ist eine Kartoffel. Ist eine Kartoffel, Kartoffellager und hier haben wir ein Zuckerrübenlager. Alles auf Deutsch. Das war auch eine Sache, wo ich gehofft habe. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das wäre cool, sondern da hat der René gesagt, das macht jetzt alles auf Deutsch, weil dieses englische Zeug findet man auf genug anderen Maps. Deswegen, ja, 3,60 Meter breit. Hier haben wir eine Waage. Die Waage funktioniert, nur so als Tipp. Die Waage funktioniert. Also wenn man da drauf fährt, da kann man sich wirklich abwiegen. Du kannst hier sogar hier rein, in diesen elektronischen Raum. Hier ist zwar nichts, aber was ist hier? Belüftung. Ich habe gedacht, hier ist nichts. Das ist eben da, auch hier wieder. Das ist einfach Wahnsinn. Du kannst hier alles reinstellen, was du möchtest. Du hast hier Licht, du hast hier, Belüftung habe ich gerade gesehen. Das ist absoluter Wahnsinn. Das wird wahrscheinlich ein Waschplatz. Das heißt, hier wird tatsächlich gewaschen mit dem Kerrer. Hier kommen Äpfel und so ein Zeug rein. Wenn es noch ab und zu lag und druckelt und bla bla bla. Man hat es auch im Trailer gesehen, es hat ab und zu immer ein bisschen gehakt. Ich habe noch nicht alles geladen. Ich habe noch nicht alles geladen. Das dauert einfach noch ein bisschen. Oh, guckt euch mal die Halle. Oh, Mensch. Nee. Das ist halt wirklich cool. Das gefällt mir einfach. Das ist auch so eine Spielerei vom René. Ein Lager für Dünger und Saatgut. Kennt man, ja. Aber die Art und Weise, wie man es baut, ist eher ungewöhnlich. Wir haben hier ein Rolltor. Ich feiere diese Rolltore. Guckt ihr das mal an, wie das aussieht hier. Es passt einfach. Weißt du, wieder. Die gleiche Geschichte. Du kannst hier reinfahren. Abladen. Und hier kannst du wieder rausfahren. Du musst nicht großartig manövrieren oder sonstiges. Du kannst, wenn du es möchtest. Du musst es aber nicht. Hier haben wir so eingelegte Betonplatten am Boden. Der Hof ist groß. Aber es ist genau mein Geschmack. Genau mein Stil. Mit diesen Farben, mit diesen Hallen, mit ein bisschen Gras überwuchert. Hier hast du noch eine kleine Bank, wenn du sitzen möchtest. Hier hinten ist ein Fluss hinter dem Haus. Das passt einfach perfekt zusammen. Und hinten. Das hier hinten ist tatsächlich schon das erste Feld, das wir bewirtschaften können. Feld 1 hier hinten. Da kommen wir gleich zu. Aber wie gesagt, ich möchte noch mal ganz kurz den Hof zeigen, bevor wir dann wirklich vielleicht sogar den ersten Traktor schon kaufen und vielleicht schon an die Arbeit machen. Hier haben wir noch zwei große Fahrsilos. Ich weiß die Kapitalität jetzt nicht, aber ich glaube, die sind schon relativ groß. Du kannst hier noch ein bisschen rauf fahren, dann hast du hier noch ein großes Fahrsilo. Der Hof ist auf mehreren Ebenen aufgeteilt. Wir haben nicht nur einfach eine Ebene und das war es dann, sondern das ist einfach so ein bisschen, hier oben ist so ein bisschen ein erhöhter Bereich, was natürlich auch sehr dafür spricht, dass man hier so eine Halle einbaut, die mehrere Ebenen hat. Das ist auch sehr, sehr cool. Ballenlager, perfekt. Maschinen. Wenn du es zusammenbringst, ja, klar, warum nicht? Überall ein bisschen Baum, ein bisschen Halle noch. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten abzustellen. Also es muss nichts im Nassen bleiben. Das ist auf alle Fälle sicher. Alle Tiere sind da im Hof. Lass mich lügen. Ja. Alle Tiere sind da im Hof. Kühe, Schweine, Hühner, Schafe. Alles rund um den Hof verteilt. Du hast eine zentrale Anlaufstelle, das ist der Hof. Und das ist so eine Sache, die mir tatsächlich in letzter Zeit immer mehr negativ aufgefallen ist, dass alles über die ganze Map verteilt ist. Du musst jedes Mal von Pontius zu Pilatus fahren, bis du irgendwo was hinbringst. Und so hast du wirklich alles zentral. Du hast meinetwegen einen geilen Hoftraktor, du hast einen geilen Hoflader und damit kannst du halt alles von A nach B bringen. Das ist einfach cool, weißt du. Und die eigentliche Arbeit spielt sich ja eigentlich außerhalb ab. Die ganzen Felder. Wir haben auch noch einige, zwei, drei, glaube ich, Wirtschaftszweige, glaube ich, gesehen, von Custor Food irgendwas. Also ja, es gibt einiges zu tun hier. Und ich finde einfach diesen Designstil, den der René so hegt und pflegt, den feiere ich einfach mega. Und deswegen, ganz klar, ist es für mich eine der, die beste Map momentan, die es gibt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe sie mir schon ein bisschen angeguckt. Ich habe auch andere Sachen. Ich habe, ihr wisst es ja vielleicht, Hofberg-Molilode darf ich einer der Ersten sein, die diese Map haben dürfen und so weiter. Wenn wir rein von Optik ausgehen, ist das wirklich die Map, wo ich sagen kann, alter Schwede, das ist es. Das ist genau das. Ja, einfach für mich die beste Map. Es muss jetzt gar nicht um die Funktionalität gehen. Da geht es, das sind Sachen, die kannst du ändern. Ich kann mir hier einen Seedmaster einbauen. Ich kann mir hier was Platzierbares hinstellen. Ist alles kein Problem. Aber wenn der Charakter der Map nicht da ist, dann ist das eher schwierig. Und das ist auch, ich habe für den Trailer, was ich gemacht habe, das war ein Zwei-Minuten-Trailer, da bin ich fast drei Stunden drangesessen. Das war wirklich, ich bin noch nicht ganz zufrieden gewesen, aber ich habe dann einfach keine Zeit mehr gehabt, um das jetzt nochmal zu ändern. Deswegen habe ich es dann einfach so gelassen. Aber, ja, Spielereien ohne Ende, auch eine Sache, da man muss mitdenken. Oh, ich bin in die Güllegrube gefallen. Toll. Hier ist eine Güllegrube. Ich weiß nicht was, hier ist eine Güllegrube. Wow, wie kann man so sein und hinfallen? So, und zwar, was habe ich jetzt gesagt? Hier Milchstall, Kuhhof, wie auch immer. Auch so eine Sache, denk mal drüber nach. Hier wird der Mistplatz irgendwann entstehen, hier hinten. Du kannst hier ausmisten, du musst ausmisten, der Mist kommt hier hin. Und dann kannst du hier gemütlich, wenn du noch einen kleinen Traktor hast, kannst du hier hochfahren und hier beladen. So, wenn du jetzt aber nur rangieren möchtest, weil du Tiere füttern möchtest zum Beispiel, machst du hier ganz einfach die Rampe wieder runter mit einem Mausklick und dann ist das erledigt. Du kannst da ganz normal drüber fahren. Da ist keine Kollision, da ist gar nichts. Und das, es wird einfach mitgedacht und deswegen mag ich einfach die Maps vom René. Ich mag sie einfach so sehr, das ist unfassbar. Hier haben wir noch eine zweite Auffahrt. Das ist auch klassisch für die Belgique damals. Wir haben hier noch gegenüber einen weiteren Hof, einen Zusatzhof. Der geht hier rein. Ah, diese Wege, diese Spuren. Das sind einfach sehr viele Unterscheidungsmöglichkeiten wieder für hohe Sachen. Auch wieder Balden-Geschichte vielleicht, wer Bock hat. Wir haben hier einen Fertilizer. Das, wie gesagt, das muss ich noch sagen, habe ich nicht gesagt. Sorry. Momentaner Status der Map Beta. Das heißt, das This Let's Play ist eigentlich dafür da, um das alles hier zu testen. Das ist wirklich alles. Man muss, es muss getestet werden, es wird getestet. Aber wann, wie testet man es besser, als wie einfach im Let's Play-Einsatz? Deswegen, ja, hat René gesagt, du bekommst sie, du kannst sie testen, du kannst sie spielen. Natürlich wird auch, natürlich, wenn ihr sagt, ey, ich habe noch eine geile Idee, ich habe noch hier und da und hast sie nicht gesehen. Gerne in den Kommentarbereich reinschreiben. Ich glaube schon, dass der René sich so ziemlich alle Folgen angucken wird, die da täglich um 9 Uhr erscheinen, auch am Wochenende, bevor die Frage aufkommt. Also, das ist ein 7-Tage-Projekt. 9 Uhr morgens, der Termin ist fix. Kommen die Folgen. Wann wird die Map für euch verfügbar sein? Ich habe gehört, in circa 2 bis 3 Wochen. Wobei, bitte, bitte, bitte Vorsicht. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Der René hat auch gesagt, dass sie Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober verfügbar sein wird. Aber es ist halt leider immer so, es kommt was dazwischen, es kommt was Neues dazu und so weiter und so fort. Also da hat man nie irgendwas in der Hand, hundertprozentig. Man hat zwar einen Plan, man hat einen groben Fahrplan, aber ob es dann wirklich so kommt, wie man es geplant hat, ist immer eine andere Sache. und ja, also vom Hof her allein, wie gesagt, für mich die beste Map. Ich kann es nicht anders formulieren, aber es ist wirklich eine, die beste Map, kann es nicht anders sagen. Ich, da bin ich vorher auch eben zum Reden gekommen, Stappenbach, weiß ich, wie sie aussieht. Ich habe auch, wie gesagt, Hofbergmülle loaded, auch eine sehr, sehr schöne Map, wirklich schöne Map, aber bin halt eher so ein Freund, es muss alles ein bisschen zentral am Hof sein und da ist halt einfach die Map für mich ewig geil und ich habe noch nicht mal Fahrzeuge gekauft. Ich habe noch nicht mal Fahrzeuge gekauft, aber allein vom Stil her gefällt die mir schon sehr, 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 sehr gut. Aber egal, egal. Wie gesagt, zwei bis drei Wochen habe ich, ist jetzt ungefähr so, es könnte auch sein, dass es vier Wochen sind, also schlag mich jetzt nicht tot, wenn es jetzt nicht genau zwei Wochen sind. Sie wird erscheinen auf Verbindmods, das habe ich auch schon mal rausgehört, weil natürlich der René auch Verbindmods Mitglied, also nicht nur Mitglied, sondern auch, wie heißt das dort? Also Teammitglied, also der gehört zum, also der gehört dazu. Das ist nicht einfach so jemand, der sich angemeldet hat und gesagt, ja, ich bin jetzt dabei, sondern der gehört wirklich zum Team dazu. Ja, was kann ich euch noch über die Map sagen? Die Map ist noch nicht, sagen wir mal so, geplant ist, kann ich euch auch schon mal ganz kurz verraten, geplant ist, dass der untere Teil in einer späteren Version verbaut wird. Das heißt, wir haben jetzt nur das obere, die obere Halbkugel, wenn ihr so haben möchtet und der untere Teil wird irgendwann vielleicht auch immer verbaut. In einem weiteren Update, wie es die Zeit zulässt, man weiß es nicht genau. Früchtemäßig haben wir eine Erweiterung, Roggen, Dinkel, Hirse, Mischgetreide, glaube ich, Tritikale, glaube ich, heißen die. Und natürlich das ganze Standard, klar, Butterdatsch. Was haben wir noch? Wir haben, wie gesagt, zwei Felder am Anfang. Wir haben Feld 1 und Feld 2. Beide Felder sind gegrubbert. Einstellungen im Spiel sind wie Fault. Ich habe Pflanzenstärm aus. Ich habe Pflügennotwendig. Ja, also wir werden pflügen. Und ich habe eine Düngerstufe aktiviert, weil ich halt nicht so wirklich explizit jetzt aufs nur Düngen machen möchte, sondern ich möchte auch ein bisschen was haben von dem Ganzen hier. Deswegen, damit es eben ein bisschen vorangeht, eine Düngerstufe, das sollte eigentlich reichen. Der René hat mir auch gesagt, es sind irgendwo überall Wiesen verstreut. Also man kann natürlich auch ein bisschen abmähen und ein bisschen Silage machen und sowas. Das sollte alles möglich sein. Wir können uns tatsächlich noch mal ganz kurz die BGA angucken, weil das ist gestern nicht, also im Trailer nicht so, ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich jetzt schon wieder melden, weil der Spawnpunkt ist einfach zu tief gesetzt. Aber genau dafür ist es ja da. Genau dafür ist es da. Ich komme nur jetzt nicht mehr raus. Richtig. So, das heißt, wir werden jetzt einfach hier hingehen. Ja, und dann kannst du hier schön rumgehen. Bin gespannt, ob die Schilder immer noch da liegen. Das war ein großes Problem, wurde die René auch ein bisschen geärgert, dass die Schilder hier immer rumgelegen sind. Ey, jetzt stehen sie. Guck an, hat er repariert. So, wir gehen mal hier weiter. Zwei große Keilsilo hier. Ja, die BGA, man kennt die BGA. Ich glaube, auf der Südheimland ist auch die gleiche BGA, auch noch zwei, drei andere Maps ist die gleiche BGA. Die Türen funktionieren jetzt auch. Das ist eine Info, die ich noch nicht hatte. Das ist übrigens mit dem Animation Map-Tot-Trigger, glaube ich sogar, den es erstmals im LS17 gibt. Anzeigen funktionieren noch nicht alle. Aber wie gesagt, da ist alles noch am Tun, anmachen. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber wir fangen langsam an. Wir fangen normal an, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe nochmals, glaube ich, 100 Stück Mods mit reingenommen. Also wirklich, wirklich viele Mods mit reingenommen. Die erste Aufgabe, die wir heute haben, heute nicht mehr, weil die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber die erste Aufgabe für morgen ist tatsächlich, das war, ähm, bin ich jetzt rausgetappt? Moment. Moment. So. Ah, jetzt geht es wieder. Das war, das Feld da oben, das, wir haben ja Feld 1 und 2, wir müssen die ansehen auf alle Fälle. Ähm, und da brauchen wir eben eine Sämaschine. Ich muss gucken, ich werde immer den nächsten Schritt etwas davor planen, damit ich vielleicht am Ende der Folge nochmal sagen kann, okay, ich brauche eine Sämaschine, habt ihr vielleicht was? Schreibt es mal in die Kommentare, weißt du? Damit du das ein bisschen gemeinsam entscheidest. Ich glaube, Sämaschine habe ich noch keine, oder? Doch. Ich habe 2, 3, 4, 20 PS, 60, die hat 6 Meter, das ist schon mal nicht schlecht, glaube ich, und die haben wir die 4 Meter, die ist eigentlich auch ganz okay. Also wir bräuchten 60 PS, die kann düngen und säen gleichzeitig. Das wäre eine geile Sache. Was ich noch nicht habe, ist eine Sämaschine für Zuckerrüben und Mais, die fehlt mir noch, die brauche ich noch. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt schon mal, ich meine, 60 PS, guck mal ganz kurz, Traktor, Traktor ist auch ein wichtiger Faktor, Traktoren habe ich so viel mit reingenommen, das ist unfassbar. Also Traktoren, boah, das ist echt Wahnsinn. Ja, wo fangt man an? Wo fangt man da am besten an? 120 PS ist viel zu viel. 71 PS, 71, müssen auch für die Kohle gucken, 66, ja. Was haben wir denn noch hier? Zum Beispiel sowas. 63 PS, guck doch mal. 63 PS, so ein C-Tor. Aber, ich bin halt, ja, ich hätte halt gerne einen Frontart dazu, das muss ich einfach mal so sagen. Bin halt, weil wenn du jetzt Palette und sowas, ach guck mal, der kostet 5000 Euro. Frontart am Bau, der hat ja von 58 PS, kann man da ein bisschen pimpen? Jo, 66 PS, guck mal, das passt schon mal, zwei WD, haben wir auch vier WD? Vier WD haben wir, Allrad, Design, Kotflügel vorne, ach, für was, für was denn? Und umleuchten brauche ich eigentlich, ne? Das möchte ich schon haben. Das heißt, wir haben für nicht mal 10.000 Euro den ersten Traktor gekauft, ne? Und wir werden jetzt gleich eine Sämaschine dazu kaufen oder machen was anders. Wir brauchen natürlich auch einen Plattformanhänger, ne? Habe ich da was mit reingenommen? Ich habe sehr viel mit reingenommen, aber Plattformanhänger wahrscheinlich nicht oder er ist unter der Ballentechnik. Man merkt vielleicht, ich spreche ein bisschen schnell, aber ich habe einfach Bock drauf. Deswegen kann das schon mal vorkommen. Er kostet 42.500. Das ist ein bisschen viel Geld, findet ihr nicht? Das ist ein bisschen viel Geld. Weißt du was, wir machen das anders. Wir gucken uns einfach mal den Traktor an. So, das ist unser erster... Was ist das? Ist da kein Fronter da? Das ist ein Fronter da? Da bin ich ein bisschen überrascht. Wow, er ist ein Traktor gekauft. Oh, das sieht einfach geil aus, ne? Das sieht schon cool aus. Sound, passt auf alle Fälle. Hammer IC? Ach, warum fahre ich eigentlich, ne? Alter, sieht der schräg aus, ey. Gefällt mir richtig gut. Was passiert, wenn ich jetzt... Achso, ich kann das mir anzeigen lassen. Kühlerjalousie. What? Achso, okay. So, was haben wir noch hier noch alles? Licht anschalten und Umleuchte an- und ausschalten. Alter Schwede. Ich hatte ihn ja mit Frontadda gekauft, eigentlich, aber das ist kein Frontadda. Also, das hätte mir nicht böse, das kann... Oder? Ich weiß es halt nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Oder gibt es vielleicht einen exzuziden Frontadda für diesen Traktor? Das kann natürlich auch sein. Ach du Schandös, und das ist ja alles. Hier? J50PK. Moment. Bist du ein Valtra? Was bist du? Moment. Das ist ein Valtra... Ne, ein Valmet 602. Okay. Ein Valmet 602. Ne, da habe ich keinen. Ach doch, hier, guck mal. Der gehört dazu. Den müssen wir kaufen. Kaufen. Plus, ich kaufe dann gleich eine Palettengabel, weil ich möchte ja Big Bags mit dem transportieren. ne? So, das heißt, das haben wir jetzt schon mal. Gucken wir mal. Boah, das ist nicht schlecht, ne? Also, das vorne habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich muss nicht alles verstehen. Passt der nicht? Das wäre jetzt aber ein bisschen ärgerlich, weil ich habe extra den gekauft. Oder muss ich nochmal umkonfigurieren? Das kannst du auch haben bei mir, ne? glaube ich, muss ich nochmal umkonfigurieren. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, ne? Du kannst nicht, es gibt auch Mods, die du wirklich nur von Hand dran machen kannst und so weiter. Gibt es doch hier bestimmt, ja. Warte, warte, warte. Ne, nicht den. Oh, das muss ich hier wieder vorschieben, ne? Boah, erste Folge ist schon eine absolute Chaos-Folge. Klingt aber auch sehr, sehr geil, das Gerät, muss ich einfach so sagen, ne? Da habe ich wieder die Konsole. die ist doch voll weit weg eigentlich. Da sieht man wieder mal, der Trigger wurde extrem weit gesetzt, ne? Damit man nicht so nah ranfahren muss, was ja auch ziemlich geil ist. So, gucken wir jetzt nochmal. Sehr gut. Habe ich das falsch gemacht? Fronthubwerk, ich bin auch ein Vollidiot. Front hat der Konsole, das brauchen wir. Werner, hast du wieder vollkommen falsch gemacht, ey. Ähm. Fahren wir nochmal ein Stückchen vor. Ne. Ne. Also hier gibt es ja wirklich alles, ne? Das ist ja schon geil. Das ist ja einfach Wahnsinn hier. Guck mal, der passt sogar. Ja, geil. Das, das ist cool. Wir kaufen tatsächlich jetzt noch die Sehmaschine, weil haben wir schon mal das erste Set, haben wir dann schon mal komplett. Ich hoffe, dass die Sehmaschine jetzt nicht komplett überpowert ist. Ähm, ich kaufe jetzt einfach mal so eine, ich hoffe, dass es eine alte ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil sie kann es auch nie sicher. Boah, ist eine Sehmaschine, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die alte oder neu ist, aber ich habe sie auf alle Fälle in der Kategorie Oldtimer gefunden. Das ist eine große Sehmaschine, das kann man ruhig so sagen. Deckel aufmachen, geht mit N. Oh ja. Das heißt, das werden wir jetzt, wir sind eigentlich schon lange, lange fertig. Ich weiß, ich möchte jetzt aber tatsächlich noch gucken, ähm, ob wir, bin eigentlich kein Freund von Sehmaschinen, die man nachschleift, ne? Wir hängen jetzt die Gabel noch an. Das funktioniert schon mal, wunderbar. Okay, okay, das reicht mir schon mal. Wir machen das anders. Liebe Leute, ähm, wenn ihr eine geile Sehmaschine für mich habt, ne, dann schreibt mir da gerne einen Link, entweder hier, äh, wo ich die finden kann und wie die heißt, muss kein Link sein, einfach einen Namen, wie die Sehmaschine heißt, dann kann ich da gerne gucken, ob ich da was finde, oder ihr schreibt mir eine Privatnachricht, oder ihr schreibt eine Nachricht an werner.atburning-gamos.de. Dann, äh, könnte ich morgen vielleicht schon eine geile Sehmaschine hier drin haben, ne? Wenn, oder wenn nichts kommt, dann nehme ich die, aber die ist schon ein bisschen groß, ne? Aber 6 Meter wäre halt auch eine geile Kiste. Wir gucken einfach mal nach. Mir fehlt noch einiges, also ich, ein Plattformanhänger fehlt mir noch und das noch und das noch. Es fehlt einiges noch, aber ich freue mich tatsächlich, ich habe wirklich Bock drauf, die Maschinen sind einfach cool, ne? Mir gefallen einfach die Maschinen. Kannst nicht anders sagen. Diese Verspieltheit, das ist einfach, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen früh um 9 Uhr wieder. Ich werde da sein, ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen restlichen Dienstag. Macht es gut. Ciao, ciao. Oh, was ist das denn hier? Das ist die Waage. Oder ist das die Waage? Ich glaube, es war die Waage. Ja, äh, macht es gut. Tschüss, tschüss. Schüler decisional gerekt. tons. Sever исп unes зад qu Tie Gegen ins아아生, wir stehen hier brought some in die Waage. videog Eclaration In sorcerer. מים genie어요. die eliminate intervene Bingeʻ.